Ok So wir laufen einen Schritt schneller Ich versuche mal hier lang zu laufen Alles im Eimer, alles kaputt Komm mach hier weg Junge Das ist nicht der Diner? Ne ne, oh der blüte Diner Eieieieieieieieiei Was? Ui Noch einer tot Scheiße Pläne stehe auf Bitte, 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 gehen! Bitte, Gott! Ich kann nicht so sehen, diese Bordungen. Ei, 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 ei. Wo ist das da noch? Er hat das geklaut. Gib mir mal einen Deiner zurück. Schier lang? Eingang. Betreten. Wie kann ich hier rauskommen? Wir lesen noch mal ein Magazin. Lesen. The Creed Nordwest. Autoreisen für den Oktober auf zum Drive-In Shakespeare im Wald. Ahem. Aufpassen. Ich hör da was flüstern. Die Welt spielt. Softball-Jäger Arcadia B. Jeden zweiten Samstagmittag bis 14 Uhr. Doulousfeld. Die Welt spielt. Ah. Die können wir nutzen. Ah. Ich bin so schlau wie dies Ei, 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 ei Jetzt habe ich den umgebracht Hoppla Herr Fischer, es sagts ihrer Frau Verdammt Und das wollte ich jetzt nicht durchrüsten Tut mir leid Das ist der Ausgang Sie sind hinten noch Tut mir leid, Junge Tut mir leid, Kollege Oh, keine Absicht Wusste ich doch nicht Scheiße Okay, das wird keiner erfahren Das wird keiner erfahren Scheiße Das ist wie noch ein Krieg hier Wie noch ein Pumpeneingriff Sehr übel Das ist der Das ist der übel, Herr Rübel Okay, warte mal Wenn ich dort reingehe Kann ich den vielleicht retten Nein, ich kann schon mal rein Fuck Nein Okay, wir versuchen reinzukommen Also immer neuer ranzukommen Wir versuchen Komm, das läuft zu, Baby Okay, wir müssen aufpassen Dass die Zeit nicht abläuft Wir müssen hier irgendwie rein Okay, hier ist ne Türe Hoppala Schön auf die Zeit achten Schön auf die Zeit achten Was soll ich machen? Ich bin doch nicht die Feuerwehr Eieieiei Scheiße, die Gischt Können wir was machen? Wir müssen hier raufklettern Nein Verdammte Kacke Da kann ich nichts mehr rein Da kann ich nichts mehr reinschauen Natürlich geht es ja nicht die Treppen hoch Wir passen auf, damit es ihnen kein Bum macht Scheiße, überall Benzin Was ist jetzt die Benzinlache? Ich muss die irgendwie aufhalten Ich muss irgendwie das Benzin aufhalten Bloß mit was? Bloß mit was? Ach, Mensch Muss es doch irgendetwas geben Irgendwo muss hier was rumliegen Ach, jetzt vermisse ich einfach Bis das Leerdaste drücken Irgendwo muss hier doch was geben Mensch Irgendwo Hallo mein Freund Siehst du gesund aus? Ich glaube, dir geht es auch nicht so gut Oh Mann Was Was? Ist hier!? Hier muss es Irgendwas geben Nham 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 No need to go there now. Ich werde mich jetzt verorgen. Ah, das geht aber auch fix. Ha. Ich muss das Auto wegschieben. Jetzt zeigt man es aber auch nirgendwo was an, hä? Außer die Türen, da will sie nicht reingehen. Ah, merkwürdig. Hm. Irgendwie muss ich das hier aufhalten. Das ist Malte, ich muss sie aufhalten. Mal irgendwas umwerfen. Aber hier ist doch gar nichts. Ich komme mir grad zu vereinbart vor. Ich bin doch nicht die verfuckte Feuerwehr. Da mei. Geht's vielleicht noch ein bisschen schneller jetzt, hä? Wie geht das jetzt so schnell? Es geht ja wohl schneller. Hä? Hier ist doch gar nichts. Was soll ich denn hier ansteigen? Hm. Hier zeigt es mir aber auch nichts an. Hinten brennt's. Kann ich die gar nicht retten? Wie geht das denn? Wie geht das denn? Das hier, wenn ich das jetzt eigentlich schon alles Revue passieren lassen? Das hier, da zeigt es ja auch nichts an. Ich weiß nicht, was passiert, wenn es hier um Bummen war. Ne. Ich muss die irgendwie retten. Höh. Puh. Ja, wie? Wie gesagt, ich bin doch nicht die Follower. Ja, hab ich auch keine Aktionsmöglichkeiten. Ist hinten irgendwas, was ich wegräumen kann? Ne. Das zeigt mir hier aber auch nichts an. Ach doch, da hinten grad. Achtung. Ich bin so ein Pro und Contra. Nein, wir lesen jetzt keine Zeitung. Wo liegt genau, du. Kann man das fotografieren, irgendwie? Ne. Gehen wir heute mal weg, bevor es uns am Kopf fällt. Oh. Die nette Obdachlose. Ach nö. Öffnen. Ich sollte sie erwähnt haben. Ich habe noch nie gefragt, ihre Namen. Das ist so selbstverständlich. Öffnen. Evacuation. Once again. This is not a test. This is not a test. An E6-Turber. An E6-Turber. 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 Ja, wenn der Sturm kommt, fliegt hier. Alles um die Ohren, junge. Mädel. Äh, Mädel meine ich. Trust me. I'm trying to figure out how. I swear. Ja, ja. So. Uiuiui. Irgendwie sieht das ja alles so kaputt aus. Max. Oh, Dizzle. Oh, Max. Oh, Jesus. I am so glad to see you, sweetie. Are you okay? Yes. What about you guys? The two whales is barely standing now. I don't know if it's gonna make it through this tornado. Oh, poor Officer Barry and all those people I know. Okay, get your ass inside. I have to get back to this gentleman on the ground. Lauren has been gathering all the first aid. It's not much, Joyce. But it's all we have. You okay, Warren? How the hell did I ignore all those warnings, Max? The snow? The eclipse? There's nothing you could do about it, Warren. I'm so stupid. Should have seen it coming. I'm so glad everybody is safe here. Oh, my God. I need that photo from Warren to help Chloe. No. I'm sorry. I'm so glad to see you. I'm so glad to see you. That's okay. The important thing is that you're safe. And I know you can take care of yourself after Nathan. You should have done that a long time ago. But damn, Max. Can't believe you actually drove down here in the middle of a fucking E6 tornado. Just for one photograph? I mean, I know you didn't come for me. Warren, I came for all of you. Just tell me you do have the photograph. I just want... Now shut up and listen. Oh, yeah. You're finally going to tell me what you never did in the parking lot. I wish I would have. So I'm just going to tell you without any explanation. Trust me, okay? I always do. You should probably tell me quick. I had a vision in Jefferson's class of a tornado destroying Arcadia Bay. I went to the bathroom and saw my best friend Chloe get shot by Nathan Prescott. You with me so far? Where else could I be? Go on. Then I found out that I could rewind time. And long story short, Mark Jefferson is insane and dangerous. Ho 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 ho. Is that all? I have to go back in time. Jefferson already... I killed Chloe. I can't let that happen. I have to do something Warren. I have to do something Warren. I have to do something Warren. Hi Max. Oh, I'm going back in time is what caused the storm. Oh, because... Because of me? How? I'm not a real scientist. Even though I play one at school but... This seems like pure cause and effect. Maybe chaos theory. What happened with Jefferson? Did... Did he hurt you? He used Nathan to get drugs and money for him. Jefferson tied me up and dosed me with some drug and took sick photos of me. It was so horrible. Max. I'm so sorry you had to go through all that. You're the bravest person I've ever known. You know? I want to kill that son of a bitch. Where is he? Dead. History. Which I need to change fast to make it right again. Is that bad? For every action there's... There's a reaction. Whenever you reversed or... Or altered time. Maybe you caused a chain reaction. Even in the environment. Even in the environment. Like that. After dreaming. Then right now. After dreaming. With hoping for you. To permis. Vielen Dank.